Haben Sie sich noch nie selbst gefragt, warum die Dinge so sind, wie sie sind? Ja, hallo? Also wenn Sie jetzt nichts sagen, liege ich auf. Hä? Ruf mich einfach nicht mehr an. Gut. Merkwürdig. Sie sind heutzutage so viele Menschen verwellen. Vielleicht hat er sich gar nicht vermelden. Vielleicht sitzt da irgendwo ein Angestellter in einer Mobilfunkfirma und verteilt Nummern doppelt. So bist du eigentlich gebracht. Funktioniert erweitens rein. Aber diese Nummer muss auch jemand anderem... Das ist Ihre. Stell dir mal vor, was das werden kann. Ein Roman ohne Hauptfigur. Schieb dir deinen Stilbruch in den Arsch. Sie wissen meinen Namen. Glückwunsch. Ich würde gern mit dir spielen. Das ist der Preis des Ruhms. Du hast auch gar keine Ahnung von der Welt da draußen. Warum sind die alle so blöd? Ein Applaus. Bist du zu Hause? Natürlich. Warum schreibt er so ein Bullshit? Blöde Kuh. Ich kann die Luft. Nein. Wege ich mit dir. Das ist ein wie 大ppro tout. Okay. Chinnen billstern. Was? Wege ich mich mit dir. login mit mir.